Sollen wir aber kurz auf Level 26 wenigstens gehen. Mir fehlt ein viertel Level. Oder was meinst du? Sollen wir kurz ein Dings machen? Ein Event? Oder sollen wir so weitermachen? Oder vielleicht geht es sogar gar nicht. Dann wird es sogar gezwungen, wahrscheinlich auf Level 26 zu gehen. Oh, wie gehen wir denn nochmal auf die Karte in der Rikant? Mir ist das wurscht. Dafür ist es eh nicht wirklich stärker als meine. Ja gut, wir werden ja eigentlich auch direkt an Level. Ja, wir können es auch sonst gleich machen. Dann porten wir uns da hin, oder? Hoffentlich bis bald. Oder? Was meinst du? So, wir werden ja eh das zwischen Level 26. Ja, ich denke auch. Ich habe halt jetzt schon was ich ausrüsten könnte, aber egal, okay. Gucken. Achso, du musst das machen, ja okay. Müsst du das Abenteuer da machen, oder was? Nein, nein, einfach zu... Oh, in der ETZ, also Erde, geht es weiter quasi, die Story. Wir machen doch die Story jetzt, oder? Ja. Ja, also dann musst du machen. Ja. Ich hoffe nur, dass es echt mehr als zwei Stunden geht, die Story. Mir bin ich ein bisschen enttäuscht. Wann haben wir angefangen? Ah, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Warte mal, aber Haju, wann ist der rausgegangen? Dann ziehen wir da einfach mal eine Viertelstunde drauf. 17.49 Uhr, 17.50 Uhr, 18.05 Uhr, 18.10 Uhr, da sagt man 18.20 Uhr, die haben wir angefangen, okay. Ja, ich weiß nicht vielleicht, ob wir die überhaupt durchkriegen, oder wie auch immer, aber... Komm mal. Ja, brich halt bitte keine Videos ab, geh, weil ich will es halt echt, ähm, hören. Ja, ich weiß nicht, wie auch immer, oder 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 Hörst du eigentlich das Lüftergeräusch von meinem PC? Okay, der läuft wieder auf Volllast, der geht gar nichts mehr. Ich muss nur mal ganz kurz die Einstellungen in der Taschenbewegung machen. Okay, bist du schon hingelaufen oder wie? Mein Rechner, der pustet wieder das Zeug raus, unglaublich. Hm. Okay. 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 Ich konnte dafür damage hier. Alter was ist denn da los? Da bin ich halt außen rum. Das händelt ja richtig viel. Stirb! Hier können wir richtig leveln noch kurz. Einfach alle kurz klatschen. Aber die meisten sind immun bei mir. Ja klar. Solange die einen auf die anderen draufschießen. Mal richtig mitdenken. Nicht nur rechtsklick rein. Da ist noch ne Hexe oder irgendwas. Du bist schon drauf. Du bist mittendrin. Ich bin ein Titan. Ich bin immer mittendrin. Hinten ist noch ein Gelb. Hey ich hab richtig was los wieder hier. Ja die Gelb ich komplett immun. Da geht überhaupt nichts bei mir. Bei dir scheinbar nicht. Ich hab's. Hast du geholtet oder was? Jo. Okay. 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 Mal angenommen. Mal angenommen dass der ganze Lockvogelplan auch aufgeht. Wie sollen wir Xol ohne Rasputins Hilfe ausschalten? Die Diskussion fangen wir nicht wieder an. Und ich kann dir mit Nachdruck versichern, dass Rasputin der einzige Weg ist Xol zu stoppen. Wir brauchen die Walküre. Wir haben schon früher in ausweglosen Situationen bestanden. Oh. Ohne Rasputin. Oh. Alter hast du das gerade in die Luft gejagt oder was? Lebendlich kurz getrotzt auf dem Zehntel. Oh hier war ich schon mal. Kann nicht sein das ist schon eine Erweiterung. Doch weil hier hab ich damals meine Titanenkraft bekommen. Ah ja ok kann gut sein dass mir hier Dings. Ziegel kriegt und so weiter. Äh die. Ach nicht Siegel wie heißen denn die Teile. Oh ich level 26 hier. Du bist auch geil drauf level 26 zu werden. Ja weil ich das Zeug anlegen will. Die Besessenen haben eine Art Schild um das Fragment errichtet. Was müssen wir machen? Achso. Scannen. Hehe. Hm. Ich bezweifle dass wir da durchkommen. Vielleicht gibt es noch einen Kriegssatelliten im Erdorbit. Mal sehen ob ich seine Laufbahn ändern kann. Vorsicht da kommt Ärger. Bleibt wo ihr seid. Ich brauche eure Position um den Kriegssatelliten einzustellen. Alles klar. Okay ein paar Fässer hat es noch. Ich weiß nur nicht wann wir die hochlassen sollen. Boah da hinten ist eine Hexe. Warte ich komplett immun. Ich kann nichts dagegen machen. Bin schon dabei. Okay. Ist alles immun. Egal was ich anschieß. Die Hexe kann man grad töten. Ja die Hexe ja. Und der Rest dann geht der Rest. Okay. Wollt grad schon die kleinen clearen. Okay. 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 So wie das so Action hey. Gibt es gar nicht. 20 Minuten hingeben und schon geht es ab hey. Oh man. Man könnte nicht jedes Spiel so sein hey. Nein. Ich habe mich untergesprochen. Oh nein. Wenn ich dich holen soll muss ich sagen ich habe echt full life. versteckt mich grad die ganze Welt. Ah da ist der Boss. His. Real things level up. Nice. 皮 fighting support hands. Wie hast du ihn dazu gebracht, das Feuer zu eröffnen? Hab ihn gefragt. Rasputin wurde gebaut, um der Menschheit zu helfen. Er hört auf mich. Dieses Mal hat der Kriegsgeist gehört. Aber bist du auch bereit, die Würde auf dich zu nehmen, wenn er es nicht tut? Hüter, nimm das Bruchstück des Reisenden in Gewahrsam und komm zurück zum Mars. Zeit, dass wir einem Gott den Krieg erklären. Untertitelung des ZDF für funk, 2017